Was geht ab liebe Freunde, Wild Roof ist back am Start mit einem erneuten Video für euch. Ich hoffe euch hat das Video letzte Woche gefallen, in dem ich ganz schön viele Pickups gezeigt habe. Da war ja einiges dabei, ich denke mal für jedermann. Ich hoffe das hat euch gefallen. Heute gibt es mal ein bisschen was anderes, das habe ich schon vor Wochen eigentlich angekündigt. Ich habe nur noch für das Format jetzt mehr Spiele gesammelt, die ich euch jetzt zeigen will. Es geht nämlich um Dinge, die man auf dem Flohmarkt relativ häufig oder oft findet. Zu günstigen Preisen, die aber einen relativ hohen Wert haben. Sprich Dinge, die ihr unbedingt mitnehmen solltet, wenn ihr sie auf dem Flohmarkt findet. Dazu gab es auch den ersten Teil, den habe ich damals mit Play the Stuff gedreht. Das ist jetzt schon ungefähr ein Jahr her, das war glaube ich letztes Jahr im Dezember, wo wir das hochgeladen haben. Da haben wir schon einige Dinge vorgestellt, die ihr unbedingt mitnehmen solltet. Ein Video gibt es davon auf meinem Kanal, mit euch jetzt verlinkt. Und ein Video gibt es auf dem Kanal von Play the Stuff. Verlinke ich euch auch nochmal. Schaut da nochmal rein, dann habt ihr mit diesem Video schon mal relativ viele Dinge, wenn ihr neu seid auf dem Flohmarkt. Wo ihr wisst, die nehme ich zum günstigen, guten Preis unbedingt mit. Ich habe die Spiele in einige Kategorien aufgeteilt und heute geht es nur um Games. Das ist also die Games Edition. Letztes Mal hatten wir auch zum Beispiel Phase 10 dabei, Tabletop Games und ein paar andere Sachen noch, die keine Games waren. Heute zeige ich euch nur Games, die ihr auf dem Flohmarkt immer mitnehmen könnt. Let's go, viel Spaß. Wenn ihr auch noch mehr Tipps haben wollt, dann schaut auf jeden Fall auch mal an meinem Instagram vorbei. Dann poste ich auch oft Deals, die ich hier gar nicht mehr zeige. Weil es auch zu viel wird, wenn ich hier jeden einzelnen Deal zeigen würde. Daher schaut auf meinem Instagram vorbei. White Wolf Flohmarkt heißt es dort. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Zudem lasst mir doch gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr hier gar nichts mehr. Um in Zukunft auch coole Tipps für den Flohmarkt mitzunehmen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, als allererstes, weshalb ich überhaupt auf die Idee wieder gekommen bin, dieses Format wieder zu beleben. Denn wie gesagt, das alte Video, der erste Part, ist schon ungefähr ein Jahr her. Das ist ein Spiel, das könnte man definitiv mal finden. Vor allem, glaube ich, bei Händlern ist es möglich, dieses Spiel relativ günstig abzugreifen. Denn wir wissen alle, welches Spiel ist das, was man am meisten auf dem Flohmarkt findet. Also welche Spielereihe. Ich gebe euch drei Sekunden Zeit. Richtig, FIFA. Wir alle wissen, dass es einen Haufen FIFA gibt, die nicht mal Euro wert sind. Da ist es nicht mal die Hülle wert, das Spiel für einen Euro mitzunehmen. Daher lassen wir das auch immer liegen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Und eine der Vorstellungen will ich euch jetzt zeigen. Und zwar ist das hier FIFA 14 in der Ultimate Edition. Anleitung ist mit dabei, CD ist mit dabei. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, FIFA 14 für die Playstation 2. Jo, denn die Playstation 4 kam ja schon 2013 raus. Das heißt, ein Jahr, wo es die Playstation 4 schon gab, gab noch ein Playstation 2 Spiel raus. Das ist der letzte FIFA-Teil für die Playstation 2. Und kam so spät raus, dass es schon zwei Konsolengenerationen später war. Dementsprechend gab es auch eine relativ kleine Stückzahl. Und nicht viele FIFA 14 für die Playstation 2 sind im Umlauf. Daher auch ein relativ begehrtes Spiel tatsächlich. Hierfür, in der Legacy Edition, müsst ihr mindestens 30 Euro hinlegen. Und das für den FIFA. Ein anderes FIFA wäre zum Beispiel FIFA 19-20 und den 21 für die Playstation 3. Die sind auch immer gut was wert, zwischen 20 und 40 Euro. Die habe ich nicht in meiner Sammlung. Aber das FIFA 14 ist definitiv ein Spiel, das ihr auf dem Schirm haben solltet für die Playstation 2. So, wo wir bei Fußball und FIFA sind, da ist dieses Spiel nicht weit. Ich weiß noch, dass ich dieses Spiel übelst gerne gespielt habe. Früher vor allem. Denn 2013 ist dazu gekommen, dass EA diese Spielereihe komplett eingestellt hat. Wovon rede ich? Fußball Manager 13. Das ist der vorletzte Teil, der 2014er Teil, der 2013 rausgekommen ist. Den gibt es auch noch. Das ist der vorletzte Teil. Und ihr seht, die Beipackzettel sind mit dabei. Alles ist in einem schönen Zustand. Und haltet euch fest, dieses Spiel wird heutzutage immer noch mit Mods gespielt. Und kostet genau wie FIFA 14 auch ungefähr 30 Euro. Und das für ein Fußball-PC-Spiel. Wer hätte gedacht, dass das so viel wert ist? Das habe ich letztens mal in einem Secondhand-Shop für 1 Euro gefunden. Und der Vollständigkeitsweg habe ich für FIFA 14 5 Euro bezahlt. Aber wie oft habt ihr das schon gehabt, dass es irgendwelche PC-Kisten auf dem Flohmarkt gab, die immer durchgestöbert haben. Und dieses Spiel, da habe ich von vielen Leuten schon gehört, dass sie das oft auf dem Flohmarkt gefunden haben. Bei mir war es jetzt halt der Secondhand-Shop. Aber viele Kollegen, unter anderem auch Retro-Dunny, hat dieses Spiel auch auf dem Flohmarkt gefunden. Und meistens zahlt ihr ja nicht mehr als 1 Euro für ein PC-Spiel. Daher ist das ein Hammer-Spiel, wo ihr unbedingt drauf achten solltet, wenn ihr das auf dem Flohmarkt findet, mitnehmen. Eine Sache, die ich euch auch immer gepredigt habe, wenn ihr mal Playstation 3-Spiele findet, achtet darauf, ob es vielleicht die der Classic HD-Variante sind. Das ist eine spezielle Reihe der Playstation 3, wo verschiedene Spiele, meistens drei, also wo quasi eine Trilogie, die Remastered oder Remake wurde, von all den Spielen auf einer Hülle als PS3-Spiel sind. Und wie gesagt, die sind auch seitdem ich das sage, immer weiter im Preis gestiegen. Und ich habe mir vor diesem Video so gedacht, welche Spiele findet man am meisten auf dem Flohmarkt. DS-Spiele, PS3-Spiele. Das sind so die beiden Spielearten, die man am meisten momentan auf dem Flohmarkt findet. Daher zeige ich euch jetzt drei Collections von der Playstation 3, die ihr unbedingt mitnehmen solltet. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn ihr dieses Zeichen, Classic HD, auf dem Flohmarkt sehen solltet, nehmt das unbedingt mit. Vor allem wollen die meistens auch nur 2 bis 5 Euro für eine Playstation 3-Spiel auf dem Flohmarkt haben. Von daher mitnehmen. Das erste Spiel ist mit einem anderen Spiel auf Platz 1 der Wertigkeit der Classic HDs. Und zwar habe ich hier die Jack & Dexter Collection. Dies ist mittlerweile um die 40 Euro wert. Ich habe die mal in einem E-Bag-Kleinanzeigen-Deal für ganz, ganz wenig Geld bekommen. Ich glaube 5 Euro. Und ist mittlerweile 40 Euro wert gebraucht. Das andere Spiel, was noch mit am teuersten ist, ist die Wretched & Clank Classic HD Trilogie. Ich glaube, die geht schon Richtung 50 Euro. Aber das hier unbedingt mitnehmen, wenn man es günstig findet. Die zweite Classic HD-Variante ist ja einmal die Classic HD Silent Hill. Hier geht, glaube ich, nochmal Danke an Hobuton Retro. Ich glaube, das Spiel haben wir mal getauscht. Und das Spiel liegt mittlerweile bei 35 Euro. Wenn ihr das also mal auf dem Flohmarkt mitnehmt, ihr wisst es schon. Genau. Nicht mitnehmen. Natürlich mitnehmen. So, die dritte Collection fällt nicht unter dieses Classics HD. Ist trotzdem eine Collection, die ihr unbedingt mitnehmen solltet. Grundsätzlich kann man sagen, dass solche Collections, sei es auf PS3, PS4, PS5, PS20, wenn da eine Collection ist, von mehreren Spielen, haben die meistens einen höheren Wert. Zum einen sind dann quasi drei Spiele auf einer CD. Das erspart euch also auch Platzprobleme. Zum anderen sind es meistens remastered von alten Spielen. Das heißt, die sind auch gefragt. Ich habe hier die Monkey Island Special Edition Collection. Monkey Island ist ja relativ beliebt. Und ein kleiner Spoiler. Dazu kommen wir jetzt gleich sofort auch noch. Diese Collection ist ungefähr 35 Euro wert. Ich habe die mal in einem GameStop, glaube ich, in so einem 3-für-2-Deal, im Endeffekt für einen Zehner, glaube ich, bekommen. Mittlerweile 35 Euro wert. Da sind halt die ganz alten Dinger drauf. Und es gibt ja auch viele LucasArts-Fanboys, die dieses Spiel gerne haben wollen. Bei mir ist es auch in der Sammlung. Dementsprechend ist es nicht, diese Classic HD-Variante. Es ist trotzdem eine Collection von alten, coolen Spielen. Daher zu einem guten Preis natürlich ein geiler Fund und ein cooler Schnapper. Grundsätzlich ist es ja so, dass PC-Spiele nicht so gut gehen und keinen hohen Wert haben. Es gibt Steam, es gibt alle möglichen GOG und was weiß ich. Es gibt eine ganze Menge Plattformen, wo man sich die Spiele sehr, sehr günstig digital runterladen kann. Es gibt aber auch ein paar Spiele, die sind nicht bei Steam und dementsprechend braucht man sie physisch. Das gibt es zum Beispiel bei den Heller Ringe-Spielen. Schlacht um Mittelerde. Dieses Spiel ergibt nicht auf den Steam-Seiten, dementsprechend braucht man es physisch. Ich glaube, das Gleiche ist auch mit Fußballmanager 13. Ich bin mir aber nicht so sicher. Dennoch habe ich hier ein Spiel, das findet man auch relativ häufig, in PC-Kisten. Und das solltet ihr für kleines Geld unbedingt mitnehmen. Das ist Tales of Monkey Island für den PC. Ich weiß, dass die Big Box auch viel besser geht im Preis. Die liegt schon weit über 50 Euro. Ich habe jetzt hier die normale Standard-PC-Version. Anleitung ist auch mit dabei. Und das habe ich mal günstig für 1 Euro gefunden. Mittlerweile liegt das so bei 15, 10 bis 15 Euro. Aber auch das ist ein Tipp für mich an euch. PC-Spiele ist, man findet so viele PC-Kisten auf dem Flormarkt, die man durchfühlt. Und jetzt habt ihr schon mindestens 3 PC-Spiele, die einen guten Wert haben. Und irgendwann wird eins dabei sein. Und PC-Spiele kosten, wie gesagt, auf dem Flormarkt kaum mehr als 1 Euro. So, jetzt kommen wir zu 2 coolen Playstation 3-Spielen. Was immer gut geht, sind Disney-Sachen. Sei es wahrscheinlich welche Plüsch oder vielleicht auch Filme. Aber es gibt einige Disney-Spiele, die einen krass hohen Wert haben, wo die meisten wahrscheinlich nicht dran gedacht haben, dass das überhaupt ansatzweise so viel wert sein könnte. Zum einen, das habe ich schon relativ lange in meiner Sammlung, das habe ich mal in einem GameStop gekauft. Das hat damals, glaube ich, 14,99 oder 19,99 gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist SingStar, die Eiskönigin. Ich bin zwar nicht so im Game drin, aber ich glaube, Eiskönigin Elsa ist hammermäßig beliebt. Und es gab noch eine Zeit lang, da war SingStar eingestellt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ob die jetzt vielleicht doch wieder sagen, wir machen SingStar-Spiele. Irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Aber es gab eine Zeit, wo SingStar-Spiele nicht mehr produziert wurden. Deswegen gibt es auch von der Eiskönigin relativ geringe Stückzahlen. Und hierfür müsst ihr gut und gerne 35 Euro bezahlen, wenn ihr das haben wollt. Ich habe es noch zu einem relativ humanen Preis bekommen. Ich sammle ja Playstation 3 und will solche Kuriositäten definitiv in einer Sammlung haben. Aber wenn ihr das jetzt haben wollt, 35 bis 40 Euro bei Ebay, safe. Das andere Spiel geht in die gleiche Schiene. Das habe ich jetzt erst gestern wieder bekommen. Ich habe es für 9 Euro inklusive Versand gekauft. Klingt erstmal nicht wenig, würde ich sagen. Aber wenn ich euch gleich sage, was das Spiel wert ist, dann denkt ihr euch, ja, warum hast du jetzt recht zwei genommen? Und zwar rede ich hier von Disney SingIt, den Filmhits. Das ist auch eine Art SingStar. Hier sind quasi aus diesen ganzen bekannten Disney-Filmen, ich weiß nicht, was hier alles drauf ist. Das Monster AG, Schön und das Biest Aladin, König der Löwen, Ariel und so weiter. Davon sind die ganzen Filmhits, also die Musik aus den Filmen, die Soundtracks, die sind hier drauf und die können nachgesungen werden. Das ist natürlich sehr beliebt und das wollen auch viele Jüngere, glaube ich, gerne spielen. Relativ beliebter Titel. Jetzt kommt es. Dafür müsst ihr ungefähr 40 bis 50 Euro ausgeben. Da relativiert sie schon wieder die 9 Euro, die ich euch am Anfang gesagt habe, was ich hier so bezahlt habe. Aber das wird definitiv so über eine Sammlung gehen. Das ist absolut ein nicest Piece für die Sammlung. Hat nicht jeder, würde ich sagen. Ist auch nicht so häufig anzutreffen auf Ebay. Oft, komischerweise, kleiner Funfact, habe ich das Spiel, also ihr müsst sehen, wenn ihr euch den Preis recherchiert oder wenn ihr natürlich guckt, dass ich hier keine Scheiße labere, ihr guckt euch natürlich selber dann nochmal bei Ebay rein. Und dann seht ihr, es gibt relativ oft dieses Spiel in Spanisch. Das ist meistens nur so 20 bis 30 Euro wert. Das deutsche ist dann so 40 Euro ungefähr wert. Definitiv ein cooles Spiel, was man auch mal gut und gerne auf dem Flohmarkt, im Secondhand oder bei E-Mail-Kleinerzeigen zu einem günstigen Kurs schnappen kann. Wir wechseln jetzt nur die Konsole. Und zwar gibt es ja, wie die meisten kennen, Guitar Hero, DJ Hero, Rock Band. Das sind solche Spiele, da braucht man eine Gitarre für, dann kann man damit spielen. Relativ beliebt, die Spiele sind oft ein bisschen mehr wert als diese Standard-V-Spiele. Ich habe mir jetzt mal zwei für euch rausgesucht, wo ihr auf jeden Fall ein Auge drauf haben solltet. Hier haben wir einmal den Guitar Hero Metallica. Anleitung ist mit dabei, alles in einem Top-Zustand und es gibt nur wenig Spiele für die Wii, die ein bisschen was an Wert haben. Das ist eins davon, das liegt so bei 12, 13 Euro. Solltet ihr natürlich nicht liegen lassen, wenn ihr das mal irgendwo seht. Was aber dann noch einen krasseren Wert hat, das habe ich so noch nicht so häufig gesehen. Ich würde es aber nicht ausgrenzen, dass ich das mal nicht auf dem Flohmarkt finden würde. Und zwar ist das ACDC Live Rock Band. Dieses Spiel geht so für 18 bis 20 Euro und für ein Wii-Spiel relativ beliebt. Hier sind die besten Songs von ACDC drauf. Auch was für Liebhaber, welche die gerne ACDC hören. Und dementsprechend, wenn ihr das nächste Mal Wii-Kisten durchführt, falls ihr nach diesen beiden Spielen ausschaut, die Terniwo Rock Band findet man immer mal wieder auf dem Flohmarkt. So, bleiben wir bei Wii. Ein Wii-Spiel habe ich noch für euch, denn neben Playstation 3 und Nintendo DS finde ich dann kommt nämlich die Wii. Davon findet man am meisten Spiele. Hier habe ich für euch, wenn man es so richtig ausspricht, Coraline. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Spiel ist. Da bin ich auch nur zufällig drüber gestolpert. Sieht für mich aus wie eine Art Abenteuerspiel, vielleicht Richtung Top-and-One. Anleitung ist mit dabei, das wisst ihr natürlich alle. Es ist immer besser, wenn die Anleitung dabei ist. Dann ist das Spiel auch gefragt, dann hat es einen höheren Wert. Dieses Spiel kostet 35 Euro. Ich denke mal, ich habe auch gestern eine Abstimmung gemacht. Es haben glaube ich, ich glaube 8 von 80 oder so wussten, dass das Spiel was wert ist. Der Rest wusste es nicht. Hier also mein Tipp für euch, wenn ihr das mal bis 10 Euro findet, würde ich das definitiv mitnehmen. So, nun kommen wir zum Ende. Ihr wisst ja, mein Hauptsammelgebiet ist die Gamecube. Ich finde, da gibt es nicht so viele Dinge, wo ich euch jetzt sagen könnte, wenn ihr das mal günstig auf dem Flohmarkt findet, nehmt es mit, weil man findet eigentlich nie günstige Gamecube-Spiele auf dem Flohmarkt. Wenn, dann ist das eher mal die Seltenheit. Oder man findet auf einmal Paper Mario wie Dennis für ein Swanny. Aber das wollen wir euch nicht sagen, dass das viel wert ist und das findet man einmal in fünf Jahren vielleicht auf dem Flohmarkt. Daher wollte ich euch noch ein Spiel zeigen, wo ich vorher auch gar nicht wusste, wie viel wert das ist. Ich habe es gekauft, weil ich eigentlich fast alles an Gamecube-Spielen mitnehme, was kein Sport ist und da kommen wir jetzt auch dazu. Weshalb viele dieses Spiel glaube ich unterschätzen, denn ich habe mir Evolution Snowboarding für meine Sammlung gekauft. Dieses Spiel ist verdammt selten, wie ich feststellen musste. Es gibt in EU-Europa drei Evolution Snowboarding-Spiele für den Gamecube. Einmal wie ich in der USK-Variante und zweimal in der englischen Version. Die deutsche Version lag bei 80 Euro, wo ich geguckt habe bei Ebay und die anderen Spiele lagen sogar bei über 100 Euro. Das ist einfach nur ein fucking Snowboard-Spiel. Niemand weiß, warum es teuer ist. Ich habe hier zum Glück auch das Spiel komplett mit Anleitung, weil da würde man niemals eine lose Anleitung finden. Und weshalb ich jetzt glaube und euch das hier in diesem Video präsentiere, dass ihr das mal günstig auf dem Flohmarkt findet, ist, dass es einfach ein Sportspiel ist. Das gleiche wie bei FIFA 14. Ihr wisst ja, auf jedem Flohmarkt gibt es diese Händlerstände, wo es auch Gamecube-Spiele gibt. Da sind dann aber die Mario-Partys für 60 Euro oder guckt ihr weiter. Dann ist da vielleicht mal ein Mario Sunshine für einen Fuppi. Da findet ihr meistens nie was, was es hier irgendwie lohnt mitzunehmen. Aber Händler wissen oft gar nicht so viel über die Videospiele, die sie verkaufen. Und sie könnten das ganz schnell als standardmäßiges Sportspiel abstempeln, wo ihr vielleicht mal 5 bis 10 Euro für bezahlen müsst. Daher wollte ich euch zeigen, dass das Spiel definitiv mitgenommen werden muss, wenn ihr es mal zu einem coolen Preis auf dem Flohmarkt findet oder bei Ebay Kleinerzeigen oder wo auch immer. Nicht alle Sportspiele sind crap. Das Spiel hat wahrscheinlich so einen realistischen Wert von 60, 70 Euro. Wenn ihr jetzt eins haben wollt, gibt es nur eins in Ebay Deutschland für 80 Euro. Von daher ein richtig cooles Spiel und ein geiler Geheimtipp, wie ich finde, den ihr hier for free auf meinen Sacken bekommt. Daher würde ich mich auch freuen, wenn ihr eine coole Bewertung da lasst, schreibt mir einen nicen Kommentar, denn im Endeffekt zeige ich euch hier richtig nice Sachen, die ihr günstig auf dem Flohmarkt mitfinden könnt. Und ich weiß, das hier ist ein Video, wo auch Reseller und Sammler sich angesprochen werden führen. Ich respektiere beides, von daher bitte kein Beef oder so anzetteln in den Kommentaren. Ich kann verstehen, dass man Sachen resellt, um sich seine Sammlungen zu finanzieren. Ich kann aber auch verstehen, dass man nur Sachen kauft für seine Sammlungen, ohne dass man die jetzt weiterverkauft oder tauscht oder wie auch immer. Von daher würde ich mich einfach freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, mich dadurch unterstützt. Wir gehen jetzt Richtung 1500 Abos schon, das freut mich natürlich mega. Das ist auf jeden Fall auch mein Ziel, was ich bis zum Ende des Jahres erreicht haben möchte. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Wochenende, guten Start in die Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. 안녕.